Hi Leute und willkommen zu meinem ersten YouTube Video. Ich mache mich heute ein bisschen ready und drehe ein bisschen dabei. Ja, es ist ein kurzes Video, aber ich hoffe, ich habe trotzdem Spaß dabei. Ich habe gerade mein Gesicht damit eingecremt. Jetzt benutze ich mein Lash-Core-Creme. Das ist eigentlich für die Wimpern, aber ich benutze das auch für meine Augenbrauen. Und das hilft echt. Ich finde das echt mega gut. Ich habe das Video schon mal gedreht. Vor zwei Monaten glaube ich. Und bis heute habe ich das halt nicht gepumpt, weil ich im Nachhinein relativ unspring damit war. Deswegen dachte ich, ich drehe das rein. Wie am Anfang schon erwähnt, ist das mein erstes Video. Ich dachte, ich mache mich ein bisschen ready. Und dann erzähle mal was, wie ihr auf jeden Fall gesehen habt. Ich heiße michelle. Ich bin 22, weil sie ist ja noch 23. In September war es. Ich komme immer aus der Nähe. In Köln könnte man sagen. Das ist eine kleine Schade, auf jeden Fall. Ich habe 2020 mein Abenteuer gemacht. Und studiere seitdem. Ich habe erst angefangen, hier am Abend zu studieren. Aber habe ganz schön gemerkt, dass es nichts für mich ist. Und dann habe ich meine Studierende gewechselt. Und ich bin schon recht. Es ist halt jetzt nicht... Es macht mir jetzt nicht mega viel Spaß. Aber manche Vorlesungen sind einfach nützlich fürs Leben. Wenn man ein paar Gesetze kennt, wird das auf jeden Fall nicht verkehrt. Und mit Wirtschaft heutzutage macht man eigentlich auch nichts falsch. Deswegen habe ich mich damals für Wirtschaftsrecht entschieden. Viele von euch fragen sich bestimmt, warum ich jetzt mit YouTube anfange. Weil ich war schon 22. Also weiß ich schon. Man kann sehen, wie man es will. Aber... Ich habe so Spaß daran, YouTube Videos zu gucken. Und deswegen dachte ich mir... Ich fange jetzt selber damit an. Ich meine... Ich meine... Wir fliegen mit der Familie... Also meine Schwester, meine Eltern. Wir fliegen mit der Familie nach Thailand. Ich meine einen besseren Zeitpunkt. Zu wlobbeln. Aber generell. Damit anzufangen... Könnte es gar nicht geben. Ich weiß nicht, ich bin schon seit Monaten auch überlegen, das zu machen. Ich war mir ganz sehr unsicher. Es kamen immer wieder Sachen. So... Dass ich mir dachte... Mach es doch nicht. Oder es ist halt viel Arbeit auch. Wirst du die Zeit dafür finden. Wird es gut ankommen. So ist ja klar, dass am Anfang das auch nicht so leicht wird. Eine Community, wenn überhaupt, aufzubauen. Wirst du durchhalten. Es werden sich auch Leute angucken, die mich persönlich kennen. Es wird auch Hate kommen. Ich weine, man stellt sich halt so viele Fragen. Und man überlegt so viel. Wenn man es nicht probiert, dann... Dann kann man später bereuen. Und dieses Jahr habe ich mehr gelernt als je. Einfach Sachen zu machen. Und die Sachen, die sich gut anfühlen zu machen. Und die sich nicht gut anfühlen. Nicht zu machen. Das ist einfach. Weil... Ich gucke mich so gerne. Ich gucke jeden Tag irgendwelche Vlogs. Oder generell YouTube. Ich lebe mich nicht nur von Vlogs. So meine Schwester hat schon... Mein größter Sofortler hat schon gesagt, wir werden zusammen Video stehen. Dann habe ich schon auf jeden Fall eine Unterstützung. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was für Videos du sehen möchtest. Oder generell einfach mal ein bisschen Bilder lassen. Ich habe jetzt gar nicht gezeigt, weil ich benutze. Aber für meine Ohren habe ich den Kindergarten benutzt. Als Foundation habe ich diese Fit Me. Dieser Rippa von mir benutzt. Dann diesen Maybelline Wischer. Einfach an meinem Kinn und Nase benutzen. Weil ich es nicht so hell da mag. Und dann den Fit Me Concealer unter meinen Augen. No job. Ich freue mich so sehr auf... Auf... Auf dieses Jahr, auf den Sommer. Ich habe das Gefühl, dass dieses Jahr einfach... Also man stellt sich das Gefühl immer vor. Aber ich habe einfach die Hoffnung. Und ich spüre es irgendwo. Und ich manifestiere das auch. Dass dieses Jahr einfach... Einfach alles besser sein wird. Dass dieser Sommer geil wird. Dass einfach... Dass einfach alles besser sein wird. Ich hoffe es einfach. Also... Also ich will jetzt nicht so klingen. Ich bin mein Leben scheiße. Aber... Ich meine es... Es kann immer besser sein. Ein bisschen Urlaub mit meinen Freunden. Aber... Ich weiß nicht. Inwiefern das klappt. Oder... Was ich auch mega Lust hätte. Wäre... Ich glaube mit meiner Schwester. Also sie ist die bis jetzt 18 geworden. Und wir haben uns schon... Also wir haben uns schon immer gut verstanden. Aber... Wie schon umso älter sie auch wird. Also wenn ich... Bis jetzt... Aber ich hätte da voll so... Weiß ich nicht... Einfach... Oder so... So... Gerade aus meinem Channel. Ja... Das würde ich mal noch rein. Bei Weißweiß habe ich das noch ein bisschen. Das ist auch ganz 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 nice. So... Die wollten mir so... Ehm... Video machen. Bei... Starbucks... Die... 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 Ich bin halt auch entweder in der Uni. Oder... Am... Arbeiten. Und... Deswegen... Müsste mal gucken, was da ist. Aber halt, ja... Okay... Ich bin halt... Ich habe jetzt noch einen Augenbraum bzw. ich glaube ich mache die Aufcrem und dann werde ich mich selber zuerst geben. Oh mein Gott, ich möchte jetzt noch was. Weitest du eigentlich schon besser, denn ich muss auch nicht mehr sehen. Wurdest du ein schönes Make-up? Ich habe auch nicht so viel Zeit. Warum habe ich gesagt nicht so viel Zeit? Hier noch ein bisschen. Ich finde das so krass wie lange meine Augenbraum sind. Äh Augenbraum, ja Augenbraum auch. Aber meine Wünferne meine ich. Also ich war schon immer, einfach lange Wünfer hatte. Aber so krass lang war niemand mehr. So witzig einfach letzte Woche war ich mit zwei Freundinnen Kaffee trinken. Und dann sagt die eine, so wo hast du deine Wünfern gemacht? Und ich so, ja halt zu Hause. Die dachte halt wirklich, ich habe den Flash-Exemptions gemacht. Ich weiß nicht, ich musste so lachen im Moment. Weil ich das halt so richtig ernst gesagt habe. Und ich dachte so, zuerst gar nicht. Also ich habe zuerst gar nicht geklickt, was sie will. Und dann habe ich noch ein bisschen Highlight drauf. Früher habe ich so viele Highlighter gemacht mittlerweile. Also ich habe jetzt seit ein paar Wochen wieder Highlighter gemacht. Aber zur Zeit mag ich das noch. Aber zur Zeit mag ich das noch. Ja. Dann. Habe ich noch das Fixing-Spray. Ich habe das bis jetzt noch einmal genug. Habe ich einfach schnell tappen. Das riechst du halt. Das riechst du richtig frisch. Nach Krokos. Okay. Ich bin schon bereit. Sind wir schon ready? Ich glaube das Video war gar nicht so lang. Oder leider nicht. Ich habe jetzt schon mal eine neue Sprechstelle. Was ist das? Ich glaube das ist schon schlecht bei der Frau. Patrice. Das ist eine kleine Komplexe. Aber 18 Der Frau ist immer in der Hand. Und ich habe auch die Geräusche. das ist der fertige ich hoffe ihr habt zu passen bei dem Video, stell das gerne ein Abo, einen Kommentar, schreib gerne was Video du von mir sehen möcht und ich würde sagen wir sehen uns beim nächsten Video, Bye!